Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Heute im Stream wurde ich wirklich sehr oft gefragt, ey Lu, was hältst du vom Spiel? Würdest du es empfehlen? Was gibst du dem für eine Punktzahl? Ja, wie ist so dein Overall-Eindruck vom Spiel? Jetzt habe ich zwar erst in Anführungsstrichen 15 Stunden im Spiel, aber ich glaube, ich kann schon einen ersten Zwischenstand geben zum Spiel und einfach mal ein bisschen raushauen, was mich so beschäftigt. Für alle, die vielleicht die letzten beiden Videos von mir gesehen haben, die wissen schon, dass in mir total die gemischten Gefühle bestehen, muss aber dazu sagen, dass heute nach den neun Stunden im Stream sich die Meinung noch mal ein wenig geändert hat. Wenn man mit dem Spiel startet auf einem anderen Planeten als jetzt hier Tatooine, dann merkt man gerade in den ersten Missionen, dass man relativ viel schleichen muss. Und meine ersten Befürchtungen bei solchen Schleich-Missionen war immer oder war schon vorher, bevor das Spiel rauskam, ey, wenn du erwischt wirst, dann wird die ganze Mission zurückgesetzt und du musst vom Anfang an teilweise auch von einem späteren Speicherpunkt wieder neu starten, dorthin rennen und alles noch mal neu machen. Alles, was du gesammelt hast, musst du noch mal neu sammeln und dass der Progress von 5 oder 10 oder je nachdem, wann du erwischt wurdest, Minuten zurückgesetzt wird. Und in der ersten Stunde war das gar nicht so. Ich konnte schleichen, konnte aber auch aktiv mich dazu entscheiden zu kämpfen. Aber in dem zweiten Tag, gestern in dem Stream-Tag und Spieltag, war es leider oft so, dass es Missionen gab, wo man sich auf gar keinen Fall sehen lassen durfte und erwischen lassen durfte. Vor allen Dingen bei den Syndikaten. Es gibt Missionen, da muss man bei Syndikaten einbrechen und dort Sachen klauen oder Bomben platzieren oder sonst irgendwas, irgendwelche Missionen machen. Und wenn ihr mit diesem Syndikat noch nicht auf einem guten Ruf seid, ich kann euch das einfach mal zeigen, wenn euer Ruf hier noch nicht gut ist oder hier zum Beispiel ausgezeichnet, sondern schrecklich oder dürftig ist, dann dürft ihr dort nicht einfach rein und rum spazieren. Dann werdet ihr in dem Bereich von dem Clan, von dem Kartell, werdet ihr rausgeschmissen und müsst dann, wie gesagt, alles nochmal neu machen. Und das hat mich gestern wirklich zur Verzweiflung gebracht, weil ich allgemein auch kein guter Schleicher bin. So Stealth-Sachen liegen mir einfach nicht gut. Aber ich auch diese Gameplay-Mäßige, diese Gameplay-Idee ziemlich altbacken finde. Ich finde es schon cool, wenn man irgendwo mal an einem Gegner vorbeischleichen muss. Da gibt es hier auch eine Mission, da will ich jetzt nicht... Eigentlich ist das kein story-relevantes Ding. Es gibt eine Situation, wo man eine hohe Fahndungsstufe von dem Imperium hat und dann kommen sehr starke Sturmtruppler. Diese Sturmtruppler kann man nicht besiegen, die muss man ablenken und dann hinter ihnen vorbeischleichen. Und das finde ich ist eine Game-Mechanic, die ich gut nachvollziehen kann, was ein ganz kleiner Teilbereich ist und nicht so ein Riesengebiet umfasst. Und da fand ich das ganz cool. Aber in den ersten paar Stunden, die ich gespielt habe, bei den verschiedenen Syndikaten, wo man einbrechen musste, wo man einbrechen musste, um in der Story voranzukommen, habe ich mich sehr schwer getan mit dem Schleichen und den Mechanics, die einem da in die Hand gegeben werden. Außerdem natürlich mit der KI, die ist ja immer ein bisschen irrational. Da kann man nie vorausahnen, was die als nächstes macht. Es war wirklich sehr frustig. Aber heute, die letzten neun Stunden, hatte ich nicht ein einziges Mal diese Frust. Ich hatte mega, mega viel Spaß. Ich habe mega viel gesammelt. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich habe das Syndikat hier auf ausgezeichnet gebracht. Ich habe schon einige Sachen gesammelt. Mein Blaster verbessert, mein Schiff verbessert und, 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 und. Und hatte extrem, extrem viel Spaß. Und ihr seht auch gerade, ich bin hier auf einem neuen Planeten, auf Tatooine. Ich will da nicht zu viel verraten, aber Tatooine, wer die Filme gesehen hat, weiß, was hier los ist. Und das Ganze spielt ja zwischen Teil 5 und Teil 6. Und man hat hier schon einige Anspielungen auf die Filme. Und gerade auf Tatooine ging mir so ein bisschen das Herz auf. Und es hat unfassbar, unfassbar viel Spaß gemacht. Und gerade so die letzten Stunden hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Und es ist wirklich so, wie ich am Anfang auch ein bisschen gedacht habe, dieses extreme Schleichen wird später weniger. Das habt ihr nur am Anfang. Das heißt, ihr müsst die ersten Schleichpassagen überstehen. Und wenn es dann später in die Open World kommt, in den Weltraum kommt, auf die anderen Planeten kommt, dann lässt das immer weniger nach. Auch das Problem mit dem Hacking wird später weniger, weil ihr unterschiedlich Hacking-Module bekommt, Hacking-Möglichkeiten. Es gibt dann noch einen anderen Fähigkeitsbaum, wo ihr mehr hacken könnt. Und das wird dann viel, viel besser miteinander verschachtelt und miteinander im Spiel gameplaymäßig rübergebracht. Und es ist nicht mehr so nervig, dass ihr jede dritte Tür aufmachen müsst mit eurem Schraubenzieher aus den Haaren. Es ist also ganz komisch. Normalerweise sollte ja ein Spiel am Anfang extrem viel Spaß machen und dann zum späteren wird das meistens ein bisschen weniger. Und hier ist es meiner Meinung nach ganz andersrum gewesen. Der Anfang war sehr zäh. Und jetzt, wo ich in die offene Welt komme, habe ich so unfassbar viel Spaß. Und dann möchte ich noch zwei, drei allgemeine Sachen jetzt mal fernab von dem Spaß und dem Gameplay. Ich werde da später auch ein bisschen versuchen, die einzelnen Bereiche einzugrenzen und ein bisschen meiner Meinung nach zu benoten, damit ihr dann overall Zahlen, Überblick habt, wie ich was finde. Ich habe ganz oft gehört, dass man sagt, es würde nicht gut aussehen. Ich meine, jetzt bin ich hier auf dem Wüstenplaneten, deswegen kann man das hier nicht gut sehen. Aber der ein oder andere von euch hat ja bestimmt schon mal andere Bilder gesehen oder mein Video von gestern auf dem anderen Planeten. Und ich finde, es sieht jetzt nicht unfassbar schön aus, aber es ist vollkommen ausreichend. Ich habe schon genug Spiele gesehen, um zu wissen, ob etwas technisch gut umgesetzt wurde oder nicht. Wir haben hier nicht das High-End 4K Movie Cinematic Mega Epos, aber es ist sehr, sehr gute Grafik. Ich kann Schatten empfangen. Also, wenn ich im Schatten bin, bin ich dunkler. Wenn ich in der Sonne bin, bin ich etwas heller. Das ist auch nicht ganz normal, dass man so Schatten erreichen kann, äh, bekommen kann. Ich werfe selber einen Schatten. Es gibt, wenn man auf dem Performance-Modus spielt, 60 Frames, was auch super ist. Also, ich hatte nie irgendwelche Lags oder sonst irgendwelche Nachladentexturen. Ich finde, dass es grafisch sehr, sehr gut ist. Es ist eine sehr, sehr, sehr gute PS4-Version. Das würde ich sagen. Das beste und schönste PS4-Spiel oder ein durchschnittliches PS5-Spiel. Ich glaube, so kann man es gut auf einen Nenner bringen. Ich würde Grafik, ähm, da irgendwie eine 7 oder 8 von 10 Punkten geben. Wenn man sagt, 10 von 10 ist sowas wie Demon's Souls auf der PS5, dann sind wir hier irgendwo bei 7 von 10, 7,5 von 10. Dann eine wichtige Sache, die, glaube ich, auch viele interessiert, ist der Umfang von Spiel. Und ich glaube, ich bin natürlich noch weit, lange nicht durch, aber ich fühle mich immer noch, als wäre ich im Early Game. Ich bin jetzt 50 Stunden im Spiel. Ich denke, das Spiel ist gigantisch riesig. Wir haben vier, oder ich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, vier verschiedene Planeten, die alle eine relativ große Karte haben. Das hier ist zum Beispiel Komplett Tatooine. Das ist schon sehr groß. Und was bei jedem Planeten dazukommt, ist der Kosmos. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Raumstift steige und rausfliege, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, zu einem anderen Planeten zu fliegen oder mich in dem Kosmos vor Tatooine zu bewegen und dort Aufgaben zu erledigen. Und das auch dann halt mal vier. Heißt vier Planeten, vier riesige Gebiete und nochmal viermal der Kosmos davor. Dazu kommt eine riesige, riesige Batterie an Aufgaben. Ich bin echt am Anfang. Ich habe eigentlich nur Aufgaben von dem ersten Planeten und ganz kleines bisschen hier von Tatooine und von den anderen. Und wir sehen hier sieben Hauptmissionen, 24 Informationen. Einmal hier eine Experteninformation, ein hier, zwei hier und nochmal zwei Aufgaben für das Rufsystem. Aber man hat hier so unfassbar viele Aufgaben, die man annehmen, finden und machen kann, um Loot zu bekommen, um die Geschichte zu erleben und, 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 und. Also es ist wirklich pickepackevoll mit Aufgaben. Was nicht voll ist, sind die Welten an sich. Man hat schon einzelne kleine Orte, die interessant sind. Aber es ist nicht so, als wäre hinter jedem Baum ein Apfel versteckt oder hinter jedem Stein irgendwas versteckt. Ähm, die, den Loot und das Zeug, was man haben will oder finden will, das muss man schon gut suchen. Und das, was man findet, ist auch oft immer das Gleiche. Es sind entweder Klamotten oder Ausrüstungsmaterialien für dein Blaster, Schiff oder Gleiter. Viel mehr gibt es da nicht. Also es ist jetzt nicht so, als könnte man verschiedene Waffen finden oder, äh, verschiedene Gleiter oder verschiedene Schiffe. Es sind immer nur Teile, um das, was du schon hast, zu verbessern oder zu verändern. Dann will ich noch zwei Worte sagen zu der Ultimate-Version oder Ultimate-Pack-Version. Wenn ihr mich fragt, würde ich die Version nicht empfehlen. Ähm, diese Cosmetics hier sind meiner Meinung nach komplett irrelevant. Wenn ihr das Spiel spielt, kriegt ihr meiner Meinung nach schönere Cosmetics einfach in dem Ruf-System. Könnt aber auch einzelne Sachen auch finden. Hier zum Beispiel habe ich gerade das von dem Crimson, Crimson Dawn, äh, die Belohnung. Und die finde ich schon ganz cool. Aber auch von dem Pykes zum Beispiel, die, äh, sieht richtig, richtig cool aus. Und ich finde, da kann man sich das Geld wirklich sparen. Außer ihr wolltet jetzt unbedingt den Early Access mitnehmen. Das ist ja natürlich nochmal eine andere Sache. Aber wenn ihr warten könnt, würde ich euch auf jeden Fall nicht zu der Ultimate-Version raten. Um das Ganze mal ein wenig, ja, auf einen Nenner zu bringen, auf einen Punkt. Würde ich sagen, Gameplay-mäßig, was die, die Gameplay-Mechanics angeht, alles was man zu tun hat im Spiel, wo man wirklich mit seinem Controller rumspielt, würde ich so eine 7 von 10 geben. Weil die Aufgaben, die man macht, sind schon sehr ähnlich. Es ist entweder Infiltration heißt Schleichen, Kämpfen gegen Gegner. Dann gibt es noch ein Rennen, äh, was sehr selten ist. Äh, dann gibt es noch die Weltraum-Action und das war es schon fast. Also die ganze, alles was mit dem Gameplay zu tun hat und natürlich auch das Klettern, das ist nicht so viel. Zumindest jetzt, nach 15 Stunden gab es noch nicht sehr viel Variety, leider. Äh, bleibt abzuwarten, ob da noch was kommt. Ich hatte mir sowas gewünscht, dass man vielleicht mal gegen große Gegner kämpfen muss. Gegen große Druiden, die man ganz besonders bekämpfen muss. Aber aktuell ist das ganze Gameplay sehr 0815. Auch die Missionen sind sehr 0815 aufgebaut. Ey, hol mir das bei A, bring das zu B, lass dich nicht erwischen. C, äh, häcke den Tresor und hol mir das. Oder, ja, bring irgendjemanden um. Das ist schon sehr undurchdacht und man wird niemals bei einer Aufgabe denken, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ist relativer Standardkram. Also so eine 7 von 10 fürs Gameplay. Dann die Grafik, habe ich eben schon mal gesagt, würde ich auch eine 7,57 von 10 gehen. Ist vollkommen okay, 60 Frames, 1080p, Texturen sind hier und da mal nicht ganz on point. Aber vollkommen okay, äh, finde ich, äh, vollkommen okaye Grafik. Keine Nachladen, Texturen, keine Glitches, keine Bugs. Ähm, bisher zumindest, also echt ganz solide. Umfang vom Spiel würde ich tatsächlich eine 9 von 10 geben. Ich hatte bislang schon das Gefühl, dass man richtig viel zu tun hat. Man hat riesige Welten, noch mit dem ganzen Kosmos davor. Geile Städte, viel zu tun, viel zu erleben. Die Story ist sehr umfangreich, also der ganze Umfang, alles was mit dazu gehört. Erkundung, ähm, die Größe der Welten, Story, Missionen, Aufträge. Würde ich vielleicht sogar eine 10 von 10 geben, weil es wirklich sehr viel ist. Ihr werdet hier auf jeden Fall sehr lange zu tun haben und für alle Leute, die Platin haben wollen, würde ich mal behaupten, habt ihr mindestens mal 100 Stunden vor euch, wenn nicht sogar mehr. Und die Synchro, ich weiß, es interessiert nicht immer so viele Leute, mich schon. Die Synchro ist eine 10 von 10. Ich habe, glaube ich, noch kein Spiel gespielt. Ich habe natürlich noch nicht alle Spiele gespielt, aber alle Spiele, so in der letzten Vergangenheit, ist das hier die beste Synchro auf Deutsch, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Ist wirklich sehr, sehr gut. Kei ist super vertont. Und auch alle NPCs sind sehr unterschiedlich, haben sehr krassen Wiedererkennungswert, haben Ubisoft und die Synchro-Leute einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, würde der Lou das Spiel empfehlen? Und gestern hätte ich auf jeden Fall gesagt, nein, weil mich das Schleichen so sauer gemacht hat. Da kann ja jeder von euch nochmal das Video von gestern abchecken. Ich war so sauer mit diesem Schleichen, aber nach heute muss ich sagen, ich würde es euch echt empfehlen. Wenn ihr Star Wars Fan seid, kriegt ihr ein paar coole Infos zwischen Teil 5 und 6. Wenn ihr ein Story-Gamer seid, ist das cool, weil die Story echt ganz solide ist. Wenn ihr einfach Grinden, Grinden nicht, aber wenn ihr Welten erkunden wollt, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes und ein solides Game. Es gibt ja auch Ubisoft Plus, wo ihr das Spiel spielen könnt. Das soll wohl irgendwann später in den Game Pass kommen. Ubisoft ist dafür bekannt, dass das Game auch nach ein paar Monaten schon was günstiger ist. Also wenn ihr oder du das Video gerade erst in ein paar Monaten siehst und das Spiel ist gerade runtergesetzt, dann holt es dir auf jeden Fall. Das ist wirklich jeden Euro wert. Die Ultimate-Version, wie gesagt, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Meine Journey durch Star Wars Outlaws. Vielleicht wird es da in Zukunft nochmal was geben. Wenn ihr einen Satz verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr von Star Wars Outlaws haltet. Vielleicht decken eure Erfahrungen sich ja mit dem, was ich hier erzähle. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal ein paar Worte da lasst. Und sonst natürlich wie immer über ein Like auf dem Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Ich würde mich drei und sie turtles schauen, ganz toll, aber ich würde mich sehr freuen. Und jetzt sage ich mir immermoniert, weil du den we Silverdienst ausOoh.